Warum ich da jetzt gerade angegriffen wurde? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Anlasslos. Also ich habe mich jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise provozierend verhalten oder sonst was. Ich habe einfach nur die verschiedene Transparente gefilmt, was ja auch Sinn der Sache ist, wenn man solche Transparente mit sich herumträgt. Ich vermute mal, dass mich da vielleicht jemand erkannt hat und irgendwie mitbekommen hat, dass ich vielleicht immer wieder sage, dass ich linke Positionen teile, aber von dieser Antifa eben überhaupt nichts halte.